In knapp zwei Monaten ist schon Europawahl, doch bislang interessiert das kaum jemanden, außer vielleicht die Politiker. Nur 30 Prozent der Deutschen haben überhaupt Vertrauen in die EU. Gleichzeitig suchen Menschen in der Ukraine dringend Anbindung an die EU. Sie kämpfen für mehr Freiheit, Gerechtigkeit und Demokratie. Auch Kölner Ukrainer treten für ihre Landsleute ein. Annabelle Brückhus hat mit der ukrainischen Sängerin Mariana Sardowska über die Zustände auf dem Maidan gesprochen. Heute singt sie in Köln. Im Dezember aber war Mariana Sardowska noch für Konzerte in Kiew. Wegen der Demonstrationen gegen Janukowitsch wurden diese abgesagt. Stattdessen sang sie auf dem Maidan. Für Sardowska war das eine sehr bewegende Zeit. Ich war die glücklichste Person, dass ich da sein durfte, dass ich das alles erleben durfte, dass ich diese unglaubliche Atmosphäre von Aufstehen, sich befreien, Angstlosigkeit, Solidarität. Also ich hatte da ständig Tränen in den Augen, weil das war so unglaublich schön. Eine Woche lang hat Sardowska die Demonstranten unterstützt. Als Freiwillige hat sie Unterschriften gesammelt und aufgeräumt. Und in Deutschland für mich war schlimm. In diesem Sinne schlimm, dass man sich hier enorm hilflos fühlte. Also ich spürte, das war dieses Gefühl, ich kann nur beobachten, was kann ich tun. Mariana Sardowskas Mann weiß, wie wichtig es für sie ist, die Ukraine zu unterstützen. Dass sie ein zweites Mal nach Kiew fährt, möchte er nicht. Es reicht eine Person, von der man hört, die vom Maidan aus die erste Journalistin, die entführt wurde, die misshandelt wurde, fast zu Tode geprügelt wurde, um Angst zu schüren. Es geht dabei auch um die Kinder. Der Sohn, Severin, ist zehn Jahre alt. Die Tochter Hafia ist sieben. Wir sind ständig zu Hause im Gespräch. Das ist nicht so leicht zu verstecken. Das ist nicht so leicht. Also die stellen Fragen. Die sehen oft mich weinen oder besorgt. Tatsächlich wissen die Kinder über vieles Bescheid, was in der Ukraine passiert. Janukowitsch, der ukrainische Präsident, der wollte, der hat den Vertrag mit Europa, dass die Ukraine auch zu Europa gehört, verweigert und wollte sich mit Russland verbinden. Sadovskas Familie stammt aus der Westukraine. Täglich skypt sie mit ihren Eltern. Sie tauschen Nachrichten aus, diskutieren über die politische Lage. Wenn mein Onkel oder mein Bruder da auf dem Maidan stand und wenn es gefährlich war, dann natürlich, ja, ich musste quasi jede halbe Stunde anrufen, um einfach Stimme zu hören und hören, dass alles gut ist. Und ja. Bis sich die Ukraine endgültig von der sowjetischen Ära lösen kann, muss noch viel passieren, glaubt Sadovska. Zurück auf den Maidan wird sie aber vorerst nicht gehen. Stattdessen möchte sie in Deutschland für die Freiheit der Ukraine singen. Hey, do to ya me rei. Hey, do to ja me rei.